Ob in Medizin, Forschung, Entwicklung oder Industrie, Ihre Mitarbeitenden können bei der täglichen Arbeit ionisierender Strahlung ausgesetzt sein. Für einen optimalen Strahlenschutz unterstützen wir Sie gerne mit unseren modernen OSL-Dosimetern. Diese sind hervorragend in Anwendungsbereichen von Röntgen- und Gammastrahlung einsetzbar und decken einen breiten Energiebereich ab. Ein robuster Blister schützt das OSL-Dosimeter über den gesamten Tragezeitraum vor Verschmutzung und unbeabsichtigtem Öffnen. Farbige Tragerahmen und zusätzliche Etiketten mit Kodierung und Namensaufdruck erleichtern Ihnen die Zuordnung. Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können das Dosimeter ganz einfach mit einem Clip an der Kleidung befestigen. Plus, OSL-Dosimeter sind wiederverwendbar und deshalb besonders umweltfreundlich. Selbstverständlich verfügen unsere amtlichen OSL-Dosimeter über eine Baumusterprüfbescheinigung der PTB. Die getragenen OSL-Dosimeter werden in der Personendosis-Messstelle Berlin mit einem hochspezialisierten Messsystem ausgewertet. Als akkreditiertes Prüflabor garantieren wir für höchste Qualität aller Messungen. Die ermittelten Dosiswerte Ihrer OSL-Dosimeter erhalten Sie ganz einfach per Post oder digital. Als nicht kommerzielle Messstelle der öffentlichen Hand gehören umfassende Beratung und Service für kleine und große Kundenbetriebe zu unserem Qualitätsverständnis. Für alle Fragen rund um das OSL-Dosimeter steht Ihnen unser Team in der Personendosis-Messstelle des Landes Berlin gern zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie unter berlin.de www.osl-dosimeter.de